Ja, wunderschönen guten Morgen. Was müssen Immobilien jetzt können, ist die Frage. Ich kann mich nur sehr herzlich bedanken, mein Mannes Willen und beim Dr. Sutter. Es waren eine Menge Vorlagen dabei, die ich jetzt gerne aufnehmen kann, also wie abgesprochen. Zunächst erstmal eine Frage. Wir haben ja so ein bisschen Inflation, wie man jetzt sieht. Mal schauen, was wir daraus werden. Aber vielleicht am Anfang eine Frage, wenn Sie ganz kurz bitte, die wir in Ihren TED einscannen. Welche Asset-Klasse profitiert denn von Ihrer Sicht aus von der Inflation am meisten? Was sind die Einschätzungen dazu? Wir haben jetzt mal so ein paar Überbegriffe hier drin. Vielleicht zehn Sekunden. Also, wie ich jetzt lesen kann, Aktien, Immobilien, Rohstoffe, Energie, Cash, Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen. Okay, ich bin gespannt. Herzlichen Dank für die Vorlage. Das ist fast richtig. Können wir schließen, bitte. Das ist jetzt von Bank of America, aber da gibt es ganz viele Studien zu. Die sind immer mit dabei, die Immobilien. Warum? Warum sind Immobilien immer dabei? Weil, ich habe auch gestern mit einem Bewerter gesprochen hier, einfach Bewertungshistorie. Da gibt es ja diesen Kleiber Simon Weyers, wer ihn noch kennt. Da stehen ja so ganz schlaue Sachen drin in dem dicken Schinken. Deshalb, da steht da drin, der Immobilienzins, also der Cap Rate, wird bestimmt durch, Risk-Free-Return, logischerweise, was immer das ist, plus ein Risikozuschlag für Regulatorik, Intransparenz, Illiquidität. Und dann wird ganz, ganz oft vergessen, abzüglich eine Funktion der Mietsteigungserwartung oder Mietentwicklungserwartung. Die ist ja gar nicht in den Köpfen drin. Wenn Sie jetzt im Fix-Income-Bereich fragen und sagen, okay, ich habe hier eine Staatsanleihe und die ist indexiert mit 3%, was macht denn der Fix-Income-Händler? Das wird halt oft vergessen aktuell. Irgendwann kommt es wieder, momentan noch nicht, weil wir sind in der Entwicklung und die wird auch ein bisschen anhalten. Aber das ist die 10-Jahre-Schnitt, 70er Jahre. Warum? Bevor wir erst mal fragen, wo sind wir jetzt, wo stehen wir, was muss Immobilien können, muss man diese Grafik verstehen? Weil das hatten wir ja vorher in der Historie nicht. Wir hatten ja eine Nullzinsphase. Okay, in den 70er Jahren, 74 war es, glaube ich, war die Schweiz schon mal negativ. Aber das wissen die wenigsten, die im Raum sind, denke ich, zum Alter. Aber wir hatten eine extrem lange Negativsphase. Und die Amis, das sind der Blaue, die hatten sogar einen leichten Zinsanstieg. Und trotzdem sind die Banken durch ein bisschen Liquiditätsabfluss in eine Bankenkrise geraten. Das ist schon wieder irgendwie vergessen. Wobei, da gibt es eine... nicht... Wenn das ist, nur am tiefsten, die in der Staat Das ist schön.